sind wir jetzt ist ja auch noch mal am starten ja da kommt der erst mal junge jetzt brauchen wir dein anwesend auch nicht mehr alle maul leiten okay das stimmt damit ich das da ist die hoffnung schon am laufen also herzlich willkommen zu diesem video wie ihr sehen könnt ist der mögliche auch so weit zurückgekehrt ich habe es geschafft war eine odyssee schon wieder vietnam flashbacks blokare da oben drauf ehrenmann typ als logo ihren mann ich spreche mit carolina mir sagen wir mal so ich habe mir dafür einen arschvoll schutz gekauft ich muss drei ordentlich besiegen okay dann lass uns schon mal losgehen die kraft sind wir alle erst mal in dem k0 kommen fliehen vielleicht geht es auch nicht dann holen wir uns die erfahrungspunkte nochmals hat erfahrungspunkte das reicht ja nicht mal erfahrungspunkte ja 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 okay naja so das sagst kann ich jetzt das mal metronome einsetzen ich mache ich mache erstmal schutz an hab ja hab ja 45 davon wow ja das ist ein D machen gut zwei lauchzollot zwei lauchzollot in gut jeder macht ach das ist korb ach die scheiße ist jetzt korb weil die scheiße ist nicht gut reicht es eigentlich wenn ich hier ist von der seite catcher man ist das spiel präzise ist das anstrengend ich habe eine idee das war nicht teil meiner idee ja komm er kommt ja deftig schmächtig dafür setze ich auch mein vollriegel ein das ist nicht lustig deftig schmächtig entweder wechseln oder schmächtig beides geht nicht das ist deftig schmächtig oder synchron umfallen dann dann wir müssen was machen alles wartet auf dich junge alles wartet auf dich kaum zu glauben das ist auch schön dass ich einfach die ganze zeit aufgenommen habe ohne dings ohne ton doch mit eurem ton aber ohne mein ton oder mein ton nur sehr sehr leise du bist echt so ein genius ja weil mein obs hat mein mikrofon egal es passt dafür hast du ja die ganze zeit ab und an moderation gemacht die abmoderation hast du übernommen ja ja scheiße ich bin wieder alleine auf mich auf mich geschät ist ja bullshit lass mich gehen wie fängt man das anbessen wie fängt man das wie fängt man das du musst es unten links cornern es dann mit den sticks dann nach unten gucken lassen und dann den großen bogen gehen ich will doch nicht gegen einen horn kämpfen ich habe gerade ein raubchen welches level ich bin geflohen sechs glaube ich ich lasse mich doch gehen ja hallo moin hardbreaker der ist hardbreaker das könnte tatsächlich ein bisschen schwierig werden wieso das zweite ich bin schon beim zweiten ja ich ja auch das wird oh god noch eins ja waren den originalen auch so noch hatte das original nicht zu ekelhafte encounter das ist geil so schwer easy 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 revive oder ok ich habe es mit mr black moin ich check das nicht noch noch viel bei dir nein auch bitte ich will nicht kämpfen ich will nicht mehr das ich will raubig sind hartnäckig und wie man es umgeht na mit einem schutz ja ich habe durchgehend schutz hier soll ich euch erklären wie es geht wie ihr das fangen könnt ich einfach fünf minuten dann habe ich es ich bin jetzt dabei ich habe es in sie gefangen also ich habe es sofort geschafft es ist richtig easy guck mal soll ich kai ähm ich bin gerade im kampf oh ich brauche es ist der schneider pokémon so ich muss hier eben keinen finger kummern der müde die macht alles für mich ah ja ich krieg's dann kai wenn du das du musstest so hier nach oben locken ne aha sodass es dann hin oben in der rechten ecke ist oben in der rechten ecke ist oben in der rechten ecke dann gehst du hier unten lang wo ich lang gegangen bin wenn es da oben in der rechten ecke ist hier und dann gehst du hier rum und hier sind die äste und dann kannst du es von der anderen Seite holen oh ist es bei dir jetzt hier ja gut aber dann pass auf das sind ja äh das sind Doppeläste deswegen geh nach ganz oben oder auch nicht passt oder ganz unten ja bitteschön krass also ich wollte schon sagen ich muss gehen bei ich brauche einfach zu schneider pokémon ich will es nicht klar oder der fenster beibringen jeder braucht eine hr braucht eine vm bitch ich weiß wird sich schon über alle berge generation 7 ist das leider ist das zum glück nicht mehr vonnöten so nicht mehr von da gibt es bestimmte pokémon die du halt rufen kannst und dann kannst du auf den reiten und so und fliegen wir setzen sollte erstmal genug für manila deswegen nach vorn hm 0 1 ich würde das nicht meinen kanimani beibringen mann ich gucke mal was ich in der pokémon box erfülle das könnte ich auch mal machen primärball 100 gold und pokéball anstatt dass der typ das zur seite geht ne nein wir müssen schluss schneiden oh nein welches pokémon könnte zander feine anwenden war jetzt ich will zeit mein visor nicht beibringen bitte das trifft mich auch das habe ich nicht gedacht dann kommt der so schön intensität 8 intensität ja aber 8 oh jungen jungen gegen ein elektro pokémon mein arme schaf du bist ich hab gar keine erfahrungspunkte bekommen obwohl er sachen getötet hat big brain äh danny big brain moment das tut mir leid ich hab's nie bedacht so ey ich warte weiter auf euch oh 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 mit bärenkostüm hinterm busch oder wie ja ich zeige euch den richtigen hasen mir zeigt uns ein richtiges absolut hier mir zeigt uns einfach seine fleckmann route ne ähm ich bin mal kurz auf den kamer oklidokli ach gott wer von euch kann denn jetzt der schneider lernen hopp echt ich hab nur hopp mal gucken ne wahrscheinlich ne ne kanns nicht was ok gut ah kannst togepi es ist normal wenn es das nicht erneckt kacka steckmann kann auch nicht geodud kanns auch nicht nur scheißen äh 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 kein habitat oder haupt sie das nicht lernen taub ist wahrscheinlich ja erhutet auf jeden fall nicht ja na na ach ist das dreckig ey ist das assi ist das assi ist das assi gab's da im Wald nicht ordnisch äh ja das Vieh würd ich auch mitnehmen ne ne nein ich fang mir einfach ein Rassfress auf der Route hier nebenan da bin ich wieder willkommen weg pokémon ASMR äh wo ist das denn eigentlich wir versuchen uns so ein pokémon zu fangen welchen wir von der Schneider dabei trinken können welches möglichst nichts um seiner haupt pokémon sind äh wo ist das denn sehr schnell dabei gebracht ja mein wieso wieso ja ich fang mir jetzt ein Rassfress weil hier hatte eh viel gegeben da war frank es ist nur die käfer pokémon es ist nur die käfer pokémon es ist ja jetzt darum bin ich auf die Route hier gegangen äh ich will dann auch kein pokémon was sollten das äh ja yo warum nicht ne gut mutter frei hopp 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 Du kannst leider nicht. Ne, aber ich hab ein gutes Wort Papier. Ertan kannst sicherlich auch nicht. Nein, hab ich auch schon mal probiert. Wenn der ist, dann kann ich mich einfach zurücklegen. Könntest du während der seinen Fappen? Nicht in meiner Aufnahme. Aha, aha. Hat da auch noch ein bisschen. So einer bist du also. Ja, schlimm gewesen, dass YouTube bis wegen meines Streams noch aufzustellen. Ach. Kannst du wohl keine Werbung schalten? Ja, ja, YouTube ist auch nicht mehr ganz dicht. Ey, nee, Mann, was soll denn das? Es soll so viele Raspass geben, ich finde nicht ein einziges. Oh, geht doch. He, he, tak. Mann. Kommt irgendein Viech. Es ist grad auch so ein Superball ausgebüxt. Röppig jetzt. Rattfratz! Jawoller! Schlaf ein, mein süßes Rattfratz. Ey, nee. Rattfratz hat dir überhaupt keinen Bock auf. Irgendwelche Pokéballe, Superball nicht. Äh, Le... Irgendwelche Pokéball nicht. Rock of Pokéball? Rock of Pokéball? Rock of Pokéball? Rock of Pokéball? Ne. Stimmt. Ich will es auch nicht angreifen, ich habe Angst, es zu töten. Mhm. Mach halt Eventball. Nice. Jockenradfratz, gell? Geht doch. Boah. Wenn das Viech das ist, wenn das Viech jetzt nicht so schnell am Denk. Ja, das Ding kannst du schneiden. Jupp. Ja, Gott sei Dank endlich, du hast heute. Rudi, Freddy? Oh, ist... Shadowball habe ich auch. Krass. Ja, moin. Rattfratzen einfach mal Shadowball. Mit dem will ich mich nicht anlegen. Ja. Ja, also ihr seid noch in der roten... Naja. Ich bin auf dem Weg, du. Ich bin jetzt auch auf dem Weg. Ja. On my way. To the bitches. Bitch. Du. Was? Come on my level, bitch. Kaffeemaschine. Sehr schnidige Details hier. Please wait. Okay. Weedle mit dem Schniedel. Es war männlich, glaube ich. Nein. Lass mich in Ruhe. Ach, moin. Na? Wollen wir auf dem Pokemon-Kampf? Boah. Hä. Wo seid ihr? Seid ihr schon im... Seid ihr wieder im Weit? Ich bin wieder bei ihr. Aber ich bin auch hinterm Busch. Wir kämpfen gerade zu zweit. Okay. Du bist... gleich den richtigen Hasen. Okay. So war von... Da mach ich den ja. Also keine Taube. Kein Trutan. Ach, geh auch. Seid mal. Ah, da ist ein Item. Gegen Gift. Item. Ich bin auch... Nee, Alter. Ich raub dir, Junge. Nee. Ich... Bevor ich jetzt... Moin. Bevor ich jetzt... Bevor ich jetzt weiter mache. Ich beende die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.